In Tagesordnungspunkt 27, 22 Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein bei den Dresdner Verkehrsbetrieben hier ähnliche Situationen wie vorhin schon zweimal, ursprünglich Einreicher-Dissidenten-Fraktion übernommen, SPD bzw. Bündnis 90 die Grünen-Fraktion, wer übernimmt das von beiden? Gebt er ab? Okay, dann bitteschön, Herr Dr. Schulwüssen. Und beginnend in der Fraktionsrunde wurde die AfD sein. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, danke an die SPD und die Grünen, die den Antrag übernommen haben und danke auch, dass ich ihn einbringen darf. Es geht darum, dass wenn jemand sich einer Schuld ist, dann muss er Buße tun und wenn er etwas Schuldiges getan hat oder etwas falsch getan hat, dann muss er meistens ein Bußgeld bezahlen. Wenn ich falsch parke, dann muss ich ein Knöllchen bezahlen. Wenn ich irgendwie am Sonntag Rasen mähe, muss ich ein Knöllchen bezahlen, muss ich ein Ordnungswidrigkeitsgeld bezahlen. Auch wenn ich ein Löwen in meiner Wohnung halte, ein gefährliches Raubtier, ist auch eine Ordnungswidrigkeit, muss ich also Geld bezahlen. Wer etwas falsch macht, muss bezahlen und das ist auch richtig so. Der Unterschied, wenn wir jetzt über Fahren ohne Fahrschein oder Vulgo-Schwarzfahren reden, ist, dass Fahren ohne Fahrschein eine Straftat ist. Und das bedeutet, dass man für schon einmal ohne Fahrschein fahren in den Knast gehen kann. Und das ist nicht gut, das ist nicht gerecht, das ist auch vor allen Dingen nicht sinnhaft für die Personen, für die Gesellschaft, für uns alle. Ich möchte mal im Detail sagen, wie das abgeht. Wenn ich jetzt ohne Fahrschein erwischt werde, dann muss ich natürlich ein sogenanntes erhöhtes Beförderungsgeld bezahlen. Wenn ich das nicht bezahlen will oder kann, dann kommt das Inkasso-Unternehmen, dann kommt die Schufa, dann kommt der ganze Kladderadatsch, dann wird das teurer und teurer und teurer. Das ist ausgesprochen unangenehm. All das will unser Antrag nicht antasten. Kann er auch eigentlich nicht, will er auch nicht. Es soll natürlich, wenn ich ohne Fahrschein gefahren bin, trotzdem Strafen geben. Es soll trotzdem so sein, dass man sich das wirklich drei, fünf oder acht Mal überlegt, ob man denn das dann nochmal macht. Das Problem ist nur, weil es ja eine Straftat ist, es ist aber eine ganz besondere Straftat, die nur verfolgt wird, wenn sozusagen die DVB-Anzeige erstattet, dann geht es auch vor das Gericht und dann, wenn ich da nicht zahlen kann, dann gehe ich quasi in den Knast und dann stotter ich da pro Tag meine in der Zeit schon aufgelaufenen sechs, sieben, achthundert Euro Schwarzwahlgebühr, stotter ich dann ab. Und das ist sozusagen nicht gut. Das ist vor allen Dingen auch intransparent, das ist auch innen, also ungerecht. Denn wer entscheidet denn, ob jetzt jemand angezeigt wird oder nicht? Ich habe eine Anfrage gemacht an den Oberbürgermeister. Da steht dann, die DVB entscheidet nach Kulanz oder entscheidet nach Nase oder entscheidet nach Bauchgefühl. Ungefähr zweimal im Jahr kann man schwarz fahren, aber danach wird Anzeige erstattet oder auch nicht oder man weiß es nicht. Es ist also sozusagen intransparent, es ist ungerecht und vor allen Dingen ist es teuer. Jeder Tag im Gefängnis kostet Pi mal Daumen 140 Euro. Wenn Sie sozusagen einen Monat im Gefängnis sitzen, dann können Sie der Person eigentlich auch eine Bahncard 100 kaufen. So, es ist quasi volkswirtschaftlich Blödsinn, jemanden für fahren ohne Fahrschein ins Gefängnis zu setzen. Es ist ungerecht, es ist nicht sozial, es hilft nicht den Menschen, denen das passiert. Und von daher geht der Antrag dahin, dass schlicht und ergreifend die DVB aufhören soll, Anzeige zu erstatten. Sie sollen natürlich weiterhin das erhöhte Beförderungsgeld eintreiben, sie sollen natürlich weiterhin die Bestrafung, falls man nicht bezahlen will mit Inkasse und Schufa und all sowas, soll natürlich weitergehen. Aber die Menschen sollen zumindest nicht ins Gefängnis gehen, dafür, dass sie schwarz gefahren sind, dass sie keinen Fahrschein hatten und nicht bezahlen können. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt machen wir weiter. AfD-Fraktion, Harald Gilke, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Ich habe mich ziemlich lange schon und ziemlich oft mit dieser Vorlage beschäftigt, die ist ja schon sehr lange im System. Und man hat sie gelesen, nicht verstanden, weggelegt, wieder gelesen, nicht verstanden, weggelegt. Irgendwann einmal war ich dann in meinem Arbeitszimmer und habe dann etwas Schönes entdeckt, und zwar die rosa-rote Brille. Die habe ich dann mal aufgesetzt und ich habe es dann verstanden. Und wenn ich jetzt durch die rosa-rote Brille sehe, sehe ich im Mitteltrakt mal ein paar Menschen, die nicht so unfreundlich aussehen, sondern ich sehe die Welt rosa-rot. Das Problem ist nur Folgendes. Wenn wir jetzt diesen Antrag durchführen, können wir jetzt nicht allen Dresdnern eine rosa-rote Brille kaufen. Das wäre nämlich ein bisschen teuer. Demzufolge nehmen wir die rosa-rote Brille wieder runter und sehen sie mit den Augen der Vernunft. Und Gesetzgebung im Sinne von Strafrecht ist nicht keine Kommunalaufgabe. Ich weiß nicht, was die Leute gefahren ist, so einen Schwachsinn machen zu wollen. Es ist Schwachsinn, es ist Blödsinn, es gehört abgelehnt. Danke. So, dann machen wir weiter. Bündnis 90 die Grünen, das Wort gewünscht? Nein? Dann CDU, Harjo Brauns, bitte. Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Schulte-Wissermann, wenn Sie von Strafverfolgung keine Ahnung haben, dann sollten Sie auch darüber nicht reden. Es ist, was Sie erzählt haben, es ist ein so hanebüchner Unsinn. Bevor jemand wegen Fahren ohne Fahrschein in Haft geht, ich weiß nicht, ob das in Freistaat Sachsen überhaupt schon mal irgendwie vielleicht zwei, drei Leute passiert hat, das, was passiert ist, haben Sie schon mal was von Geldstrafe gehört? Das ist die Regelstrafe. So, und wir halten diesen Antrag, das will ich einfach nur mal sagen, die rechtspolitische Diskussion läuft ganz einfach. Diejenigen, die das befürworten, die sagen, keine Straftat, aber Ordnungswidrigkeit. Für die Ordnungswidrigkeit ist dann aber die Stadtverwaltung zuständig. Da brauchen wir mehr Personal. Solange es eine Straftat bleibt, bleibt es wenigstens beim Freistaat und den Staatsanwaltschaften und den Gerichten überlassen. Und rechtspolitisch, da will ich das aber einfach mal stehen lassen, rechtspolitisch ist das der völlig falsche Signal, was Sie hier machen. Und deswegen werden wir dem auch nicht zustimmen. Niemand muss fahren ohne Fahrschein. Die sozialen Angebote für diejenigen, die wenig Geld haben, sind reichlich da. Dafür haben nicht zuletzt Sie und dann letzten Endes auch zu Recht in den ganzen Beschlüssen gesorgt, die wir als Sozialleistungen in Dresden haben. Da kann man auch verlangen, dass so etwas gar nicht vorkommt. Und wer dann immer noch meint, schwarz zu fahren, Ja, dann muss man aber auch irgendwo mal mit einer wirksamen Drohung dahin kommen. Dann ist es mal in. Irgendwo brauche ich dann mal die Möglichkeiten, solchen Herrschaften wirklich auch mal beizukommen und Ihnen es unschmackhaft zu machen, sozusagen nicht ohne Fahrschein zu fahren, sondern wenn Sie kein Geld haben, die Angebote, die Sie zahlreich haben, wahrnehmen und sich einen Fahrschein besorgen. Denn all diejenigen, die das nicht tun, das bezahlen die Fahrgäste alles mit, mit höheren Beförderungsentgelten. Und deswegen kommt es überhaupt nicht für uns in Betracht, dass man jetzt auch noch die DVB AG über einen solchen Beschluss Einfluss nehmen will, dass sie keinen Antrag mehr stellen. Dann gehen die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes straffrei aus und dann bleibt es bei diesem erhöhten Beförderungsentgelt. Das ist psychologisch schon falsch und geht auch in die falsche Richtung. Wir lehnen das deswegen strikt ab. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Linksfraktion. André Scholbach, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, was ist denn das politische Problem? Wenn ich mit meinem Auto parke, ohne einen Parkschein zu lösen, dann kriege ich ein Knöllchen, dann bezahle ich 20 Euro, ist eine Ordnungswidrigkeit, aus die Maus. So, wenn Opa Klaus aus Gorbitz, der einen schmalen Geldbeutel hat und aus Not schwarz fährt mit Bus und Bahn, dann begeht er eine Straftat. Und die DVB, wenn sie dann entsprechend den Antrag auf Strafverfolgung stellt, gilt zunächst erst einmal das Legalitätsprinzip und das muss dann verfolgt werden. Und das ist doch eine Ungerechtigkeit, dass sozusagen einerseits ich mit meinem Auto irgendwo quasi schwarz parken kann. Das ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Und auf der anderen Seite, der, der schwarz fährt, eine Straftat begeht. Nun können wir hier im Dresdner Stadtrat keinen Einfluss auf das Strafgesetzbuch nehmen. Paragraf 265a, das Erschleichen von Leistungen, ist eine bundesgesetzliche Norm. Daran können wir nichts ändern. Aber diese Norm ist ein Antragsdelikt. Und sehr wohl haben wir Einfluss darauf, ob unsere Tochter, die Dresdner Verkehrsbetriebe AG, von diesem Recht, einen Antrag auf Strafverfolgung zu stellen, Gebrauch macht oder nicht. Und darum geht es hier. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, wo wir auch noch einmal Klarheit schaffen müssen. Natürlich ist es nicht so, dass in einem solchen Fall sofort angeklagt wird. Also im Allgemeinen wird zunächst nach 153a StPO ein solches Verfahren eingestellt, gegen Geldauflage. Das Problem kommt aber später. Wenn dann doch angeklagt und verurteilt wird, wird der Angeklagte in aller Regel, wenn er nicht noch mehr auf dem Kerbholz hat, natürlich nicht gleich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Aber es gibt genügend Menschen, die dann zu Geldstrafen verurteilt werden. Und auch wiederholt zu Geldstrafen verurteilt werden. Und dort trifft es dann ganz besonders die Armen. Denn wer nicht in der Lage ist, diese Geldstrafe zu begleichen, dann kommt die Ersatzfreiheitsstrafe zum Zuge. Und natürlich gibt es das auch im Freistaat Sachsen, dass Menschen, die zu Geldstrafen verurteilt worden sind, dann die Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Und das trifft natürlich in aller Regel nicht Leute, die die Geldstrafen in der Lage sind zu bezahlen, sondern das betrifft die Armen. Und da muss man sich eben fragen, ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg? Teure Haftplätze, ein Haftplatz kostet den Staat richtig Geld, sozusagen auf diese Weise Kosten zu verursachen. Ist es der richtige Weg? Weil diese Menschen werden natürlich dort ganz bestimmt nicht resozialisiert. Das ist doch alles Unfug. Und insofern muss man das in die richtigen Bahnen lenken. Und insofern ist der Gedanke, der diesem Antrag zugrunde liegt, nicht nur nachvollziehbar, sondern richtig. Und deshalb werden wir ihn unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde jetzt als Nächstes die SPD-Fraktion, Vincent Dreefs, dran sind. Keine juristischen Seminare hier. Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja vielfach in der Debatte schon gekommen. Eigentlich ist das natürlich ein Thema, was auf Bundesebene mal geklärt werden müsste. Ich weiß, dass auch meine eigene Partei es bisher versäumt hat, das auf Bundesebene tatsächlich mal zu ändern. Das bedauere ich persönlich sehr. Ich finde es aber sehr richtig, zumindest eben diesen Weg zu gehen, den wir jetzt hier mit dem vorgelegten Antrag gehen können. Und als Dresden, beziehungsweise als Dresdner Verkehrsbetriebe, auf die Anzeige zu verzichten, wenn Menschen beim Schwarzfahren erwischt werden. Ich will noch mal kurz auf das eingehen, was Herr Dr. Brauns gesagt hat, weil da so Sätze gekommen sind wie, das bezahlen die anderen Fahrgäste mit, die gehen straffrei aus. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie oft Martin Schulte-Wissermann gesagt hat, dass die das erhöhte Beförderungsentgelt, die 60 Euro natürlich trotzdem bezahlen müssen. Ich würde es schätzen, es waren drei, vier oder fünf Mal, dass er das gesagt hat. Und sie ignorieren das völlig und bringen hier in der Debatte Argumente an, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind, die überhaupt nichts mit diesem Antrag zu tun haben. Das finde ich tatsächlich sehr unredlich. Die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus dem Sozialausschuss, wissen, dass ich sehr viel mich auch mit Menschen, mit wohnungslosen Menschen auseinandersetze und mit deren Belange und viel mit denen auch im Gespräch bin, mit den Trägern. Und gerade die sehe ich auch mit Blick auf diesen Antrag als eine Zielgruppe, die sehr davon profitieren könnten, wenn wir auf diese Anzeigen verzichten würden. Wenn wir wohnungslose Menschen haben, die, wo wir es geschafft haben, beispielsweise durch Straßensozialarbeit oder andere Anspracheformen über Suppenküchen oder Ähnliches, dass sie sich in staatliche Hilfe begeben wollen, dass sie zum Sozialamt gehen, um in ein Übergangswohnheim untergebracht zu werden oder wie auch immer, müssen die da hinkommen. Und die kommen, die haben kein Sozialticket, die haben nicht mal keine Adresse, die haben nicht mal ein Konto, die kriegen kein Geld vom Jobcenter, wovon sollen die sich denn die Fahrkarte kaufen? So, das ist mal ein Beispiel von unzähligen anderen. Auch die Leute, die sich mal mit dem VSR Dristen e.V., mit dem Verein für Soziale Rechtspflege zusammengesetzt haben oder wissen, was die machen, die betreuen nämlich Menschen, die aus der Haft entlassen werden und dann wieder in der Gesellschaft Fuß fassen müssen, die wissen, was es bedeutet, wenn Menschen in Haft waren, dass dann die Arbeit weg ist, der Job weg ist, eine gesellschaftliche Stigmatisierung dranhängt. Und das wollen wir wirklich Menschen zumuten, die als einzigen Fehler gemacht haben, schwarz zu fahren? Ist das wirklich das Ziel? Ist das wirklich auch gesellschaftlich sinnvoll? Ich will gar nicht mit den Kosten, die schon mehrfach benannt worden sind, für die Haftplätze anfangen. Das halte ich tatsächlich für den falschen Weg. Deswegen begrüße ich den Antrag sehr. Deswegen wird die SPD-Fraktion diesem Antrag auch zustimmen. Gestatten Sie mir, da das jetzt tatsächlich auch meine letzte Stadtratsrede ist, noch ganz kurz auch an dieser Stelle Danke zu sagen. Danke in allererster Linie an meine Fraktion für die kollegiale und tolle gemeinsame Arbeit. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Sozialausschuss. Es war mir immer eine Freude, insbesondere in den sozialen Themen gemeinsam zu arbeiten und daran zu arbeiten, dass Dresden eine sozialere Stadt wird. Und ein letzter Wunsch vielleicht für den Stadtrat in der kommenden Wahlperiode. Ich würde mir ja wünschen, auch trotz des Wahlergebnisses vom vergangenen Sonntag, dass dieses Haus hier Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge hat, die sowieso kommen werden. Und ein Dresdner Wohnungsmarkt ist angespannt, auch wenn man da keinen Bock drauf hat. Und da muss man für Sozialwohnungen sorgen. Und ein Verbrenner aus wird kommen, auch wenn man da keinen Bock drauf hat. Und dann kann man entweder Dresden ausbremsen oder einfach mit der Zeit gehen und dafür sorgen, dass diese Stadt tatsächlich auch attraktiv bleibt. Und ich hoffe, dass der Stadtrat diesen Weg dann auch tatsächlich geht. Vielen Dank noch mal für die Zusammenarbeit. Okay, dann Freie Wähler, Freie Bürger, nein, FDP, nein. Dann machen wir jetzt die zweite Runde und es würde Herr Lommel dran sein, danach Michael Schmähnig. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schulte-Wissemann, Ihre Aussagen haben mich doch noch mal dazu gebracht, etwas zu sagen. Es war so ein bisschen diese Diskussion, die jetzt hier ins Rechts dogmatische reingeht, über das Strafrecht, das ist sehr merkwürdig. Also zunächst mal, es wurde hier vorgetragen, dass die Strafe beim Schwarzfahren die Armen trifft. Das stimmt. Das ist aber überall im Strafrecht. Es ist immer so, egal welches Strafrecht, Körperverletzung, andere Straftaten, die wir vielleicht schlimmer finden, Hass und Hetze, über das ganze Strafrecht, es sind immer diejenigen benachteiligt, die sich nicht freikaufen können, so leicht. Das ist so. Und wenn man dann deswegen sagt, okay, da müssen wir jetzt irgendwie ein Strafrecht finden, das das berücksichtigt, ja, da muss man das tun, aber das hat der Gesetzgeber nicht getan. Und jetzt muss man eine politische Gewichtung machen, und das ist ganz legitim. Der linke Flügel sagt, okay, wir finden das alles nicht so dramatisch, das reicht mit einer Ordnungswidrigkeit. Und es gibt andere, die hier gesagt haben, ja, es ist sehr schädlich für das Gemeinwohl, und die Zahlung jetzt von erhöhtem Bußgeld ist natürlich tatsächlich nicht ein Ausgleich für Fahrtkosten, wie hier schon gesagt worden sind, denn das tut es bei Weitem nicht, sondern soll ja eigentlich ein Stück weit Abschreckungsfunktion sein, reicht scheinbar nicht. Es soll einfach dafür sorgen, dass eben der Deckungsbeitrag von den Nutzern auch bezahlt wird. Und das ist völlig legitim. Und ein Letztes, Dr. Braun hat es auch schon angesprochen, ich kann ja mich nur anschließen, der Staat, und ich spreche letztendlich nicht der Staat, sondern unsere Bürger, geben allen Leuten, was öffentliche Verkehrsmittel, gerade im städtischen Nahverkehr, so viel die Hand, mit Hilfe und allem, darf man da auch nicht mal erwarten, dass die Hand entgegengenommen wird, und das bisschen, was man verlangt, dass das auch getan wird, darf man das nicht verlangen? Und dann, wenn man das nicht tut, regelmäßig, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und dann noch eins, Herr Schulte, wissen wir mal, es ist eben nicht so, dass nach Nase oder sowas ein Strafantrag gestellt wird von der DVB, nein, das machen die nicht, sondern es gibt ja neben dem objektiven Tatbestand eben dieser Tat, einen zweiten Tatbestand, denn es ist nämlich subjektiver Tatbestand, das heißt auch Vorsatz. Und die DVB wird sicherlich diesen Vorsatz erst dann bejahen, wenn es eben jemand ist, der das regelmäßig, dauerhaft, oder wenn man das Gefühl hat eben, dass dieser die wenigen Kontrollen, die da sind, ausnutzen, um eben günstig von A nach B zu kommen, nämlich zugünstig umsonst, um dann zu sagen, es reicht. Und es hat nichts mit irgendeiner Beliebigkeit zu tun, dass die Mitarbeiter nach Gutsherren A das machen, das glaube ich nicht, sondern nach juristischem Verstand, soweit dies möglich ist. Kurz zusammengefasst, wenn man jetzt das alles so bewertet, das heißt sozial adäquate, schädliche Handlungen auf der einen Seite, die ganzen Möglichkeiten, das nicht machen zu müssen, auf der anderen Seite und dann auf der Seite, dass es eben dann trotzdem gemacht wird und wenn man dann der Auffassung ist, dass man dann eben zu dieser härteren Maßnahme greift, es ist bestimmt nichts Verwerfliches, dass man dann sagt, ja, wir möchten dennoch eben eine größere Abschreckungswirkung durch das Strafgesetzbuch haben und dieser Meinung schließen wir uns an. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit Michael Schmählich. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag und die Diskussion über diesen Antrag ist eigentlich extrem symptomatisch für diesen Stadtrat, da die eine Seite, die meint, sozusagen auf der Seite des Rechts zu stehen und ich muss bewusst sagen, auf meint, dies zu tun und auf der anderen Seite Stadträtinnen und Stadträte, die auch mögliche Verfehlungen von Menschen aus der Perspektive genau der menschlichen Betroffenheit formulieren. Und das ist der Grund, warum dieser Antrag so ausgefallen ist. Herr Lommel sagt, ich glaube nicht, dass die DVB das macht. Weiß er das? Muss man so konkret fragen? Ich darf von einem Fall berichten, dass ein Abo-Kunde, der das Abo geschenkt bekommen hat von seinen Enkelkindern zu Weihnachten, einmal ohne eine Karte erwischt wurde und dann das erhöhte Beförderungsgeld zahlen muss, obwohl er am nächsten Tag seine Karte hingebracht hat. Begründung ist, diese Karte ist übertragbar, aus dem Grunde ist das nachreichend nicht möglich und er sitzt im Grunde genommen zwar noch nicht im Knast, aber sozusagen vor Gericht. Ich sage es mal, so sozial oder so ausgewogen, wie die DVB immer tut in dieser Frage, ist die Praxis eben nicht. Und ist es denn wirklich zu viel verlangt? Und der Kollege Schollbach hat darauf hingewiesen, ist es zu viel verlangt, dass jemand, der sich falsch verhält in der DVB, mindestens das Recht hat, genau so behandelt zu werden, wie jemand, der sich falsch verhält und sich am Steuer setzt. Das heißt konkret, hier gibt es doch, und diesen Hinweis sei erlaubt. Die Tatsache, dass die Erschleichung der Beförderung in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, ist 1935 passiert, durch die Nazis. Ich gestatte mir diesen Hinweis. Und danach ist es nie wieder verschwunden. Sie können sich ja da gerne aufregen. Es ist mir auch scheißegal mittlerweile, ob Sie sich aufregen oder nicht. Und ich will jetzt, entschuldigen Sie bitte, ich will gar nicht mehr polarisieren. Die meisten auf dieser Seite werden sich ja freuen darüber, dass es meine letzte Rede ist. Ich hätte jetzt eher sogar noch den Versuch unternommen, etwas Versöhnliches zu sagen. Lassen Sie uns doch mal als Stadtrat, damit ist ja das noch nicht aus der Welt, eine Aufforderung an die DVB, hier in unserer letzten Sitzung dieser Legislaturperiode, gemeinsam fassen, indem wir sagen, Leute, seht zu, dass wir in dem Bereich hier eine Inkriminalisierung hinbekommen. Das ist meine Bitte oder meine Aufforderung, aber ich weiß, dass ich die natürlich wahrscheinlich nicht durchkomme. Ich werde jetzt nach zehn Jahren, und ich sage mal, das waren gute zehn Jahre, und zwar auch gute zehn Jahre für diese Stadt, weil es andere Mehrheiten gegeben hat, mal eine rot-grün-rote Mehrheit in der vorletzten Legislaturperiode und so ein bisschen diffuser, auch jetzt zumindest wechselnd, weil ich glaube, dass Abstimmungen wie die, die wir gerade hatten und wo es noch eine knappe Mehrheit gegeben hat in der nächsten Legislaturperiode, das befürchte ich jedenfalls in der Amtszeit des neuen Stadtrates schwer möglich werden würde. Und deshalb beneide ich diejenigen, die hier kämpfen werden, nicht unbedingt. Also ich sage jetzt nicht, ihr tut mir leid, aber es wird nicht leichter werden. Und wenn ich ein Dank loswerden darf, dann ist es ein Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die mir sehr geholfen haben, diese Arbeit zu ermöglichen. Das sind die Ausschussreferentinnen, die immer nie so erwähnt werden. Sie wissen ja auch, dass ich ein bisschen sehbehindert bin und da war ich auch sehr darauf angewiesen, dass ich immer sehr gute Zuarbeiten kriegte und das ist gelungen. Und es war dadurch auch für mich möglich, sage ich mal, barrierefrei in diesem Stadtrat zu arbeiten. Das fand ich für mich auch sehr wichtig. Diese zehn Jahre, wie gesagt, es waren die guten Jahre. Ich hoffe, sie wären nicht ganz so schlimm, die nächsten. und deshalb hoffe ich sehr, dass dieser Stadtrat, ich habe wenig Hoffnung, dass es so ist, trotzdem sich besinnt, die CDU sich auch mal besinnt, auf ihre christlichen Wursteln. Sie haben ja im Wahlkampf das christliche Gänz weggestrichen. Sie waren nur noch konservativ und liberal und ein bisschen sozial auch noch. Ich glaube, es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man, wenn hier auch außerhalb dieser Grenzen vielleicht im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren eine halbwegs vernünftige Politik gemacht würde und ich möchte denn dennoch auch, also vorhin ist das schon mal, von dem Kollegen Nietzsche, der jetzt zitiert, also wenn ich die bösen Onkels zitiert hätte, dann hätte ich gesagt, danke für nichts, aber ich sage, ich nehme lieber ein Zitat von Konstantin Wecker und sage, wer nicht genießt, ist ungenießbar. Ich werde es genießen, nicht mehr Teil dieses Stadtrates zu sein. Tschüss, macht's gut. Okay, weitere Redner sehe ich nicht. Dann würde ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Der war hier ablehnend, das heißt also, wer hier zustimmt, lehnt ab. Wenn es keine Mehrheit gibt, würden wir dann entsprechend den Ursprungsantrag abstimmen. Also würden wir zunächst erst mal den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 21 Jahren, 29 nein, nicht bestätigt. Deswegen rufe ich jetzt zur Abstimmung den Ursprungsantrag auf. Wer dem Ursprungsantrag seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Stummzeichen. bei 29 ja, 30 nein, so bestätigt, weil ich jetzt gerade merke, dass der ertragen möchte. Ja, ich bin hier nie verantwortlich, wer hier aufsteht. Da offensichtlich der Wunsch besteht, den nächsten Antrag auch zu behandeln, würde ich diesen... Na, da müssen wir es beantragen. Ich kann es hier nie bestimmen. Heike Ahnert, bitte. Also, wir haben ja jetzt bei den letzten gemerkt, dass die Stimmung durchaus nicht mehr die beste ist. Ich würde darum bitten, dass wir jetzt um 20 Uhr 55 bei drei Rednern nicht noch einmal eine neue Debatte anfangen. So, der... Bitte, das abzustimmen. Was ist das? Gegenrede, oder? Okay. So, da würde ich diesen Antrag auf Beendigung der Sitzung zur Abstimmung stellen. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 20 ja, 28 nein, so nicht bestätigt. Deswegen rufe ich...